Wir sind ein sehr großes Multiplex-Kino mitten in der Nürnberger Altstadt. Wir haben 21 Kinoseele, darunter Europas größtes 3D-Kino. Technik ist da ein ganz großer Teil. Wir waren eines der ersten Kinos, das überhaupt in Deutschland digitalisiert hat. Hier in dem Saal gibt es auch das Dolby Atmos-System, was wirklich eine ganz neue Dimension des Kinoton-Hörens ermöglicht. Wir versuchen da in jedem Bereich natürlich ganz vorne dran zu sein. Wir nutzen das DATEV DMS Classic Pro, weil wir unsere Geschäftsabläufe eigentlich optimal darstellen können. Wir sind ein großes Haus, wie Sie gesehen haben. Wir haben viele Kinos, aber wir haben wenig Platz für die Archivierung. Wir bestellen das Popcorn, das Popcorn wird angeliefert, der Lagerist bekommt den Lieferschein und gibt den in die Buchhaltung. Wenn die Rechnung eingeht, werden die beiden Belege eingescannt und dann wird das eigentliche Papier abgelegt. Alles Weitere passiert mit dem elektronischen Dokument. Wenn die Rechnung kommt und gescannt ist, wird die einem Prüfer zugewiesen. Wir haben hier im Haus mehrere Menschen, die das Ganze verwalten. Wir haben zum Beispiel die Küchenleitung, die die Lebensmittelrechnung prüft. Wir haben unseren Chef, der die Rechnungen für Investitionen prüft wegen der Garantieabwicklung und so weiter und so weiter. Der Prüfer bekommt eine Benachrichtigungs-Mail. Mit dieser öffnet er den Beleg im Beleg Viewer und kann die Rechnung prüfen und kommentieren. Und wenn alles okay ist, bekommen wir die Rechnung wieder in die Buchhaltung zum Buchen ins Rechnungswesen. Das DMS wurde exakt an unsere Geschäftsabläufe angepasst. Bei der Rechnungserfassung sind bereits die Kreditoren hinterlegt. Das heißt, das Rechnungswesen findet schon den vorausgefüllten Buchungssatz zum Beispiel einer Popcorn-Rechnung und wir kontrollieren nur noch und schließen den Buchungssatz ab und fertig. Also die Suche mit dem elektronischen Beleg ist natürlich weitaus einfacher und ideal für eine große Buchhaltung. Früher konnte es sein, dass der eine Kollege unter dem Vornamen ablegt und der andere sucht unter dem Nachnamen. Das kann natürlich nicht mehr passieren. Ein Mausklick und alles ist auf jeden Fall. Unser Hauptanliegen ist perfekter Ton, perfektes Bild. Davor vielleicht ein netter Restaurantbesuch, danach der Cocktail zum Film, frisches Popcorn. Alles, was so im Hintergrund passiert, davon soll der Kunde eigentlich nichts mitbekommen. Die Dativ ist da für uns ein idealer Partner. Das Dokumentenmanagementsystem fügt sich wirklich super in unsere Arbeitsabläufe ein. Das ermöglicht uns dann letztendlich, uns auf das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrieren, nämlich das ideale Kinoerlebnis zu bieten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.